1 zu 0 entsetzen für den 13-jährigen Tobias Riegel auf Fürth. Kräuter Fürth. Viele lange Jahre Tuspo Fürth, als der alte noch da gespielt hat. Mittlerweile tritt man bei den Kräutern ja mit Olympiasiegern und Weltmeistern an, da muss man dann schon das Kräuter dazu sagen. Kulte 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Kräude fährt. Darin! Darin! Warum trinkt doppelt? Halbfinale im Doppel, Kretschmer Weber schlagen auf, Stegmeier schlägt zurück. Und da geht es in den dritten Satz. Klatschen! Ja! Für dich! Ich bin ein Kursstück auf, dann kann ich mir mal ein Kursstück fahren. Ich bin ein Kursstück. 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 Ich bin ein Kursstück.